Wir reden seit 20 Jahren. Reden wir das Gleiche, was wir jetzt auch wieder sagen? Wir können es nur aufschieben und versuchen so zu leben, dass wir konstant auf einem Level bleiben. Ich glaube, irgendwann kommt einfach dieser Cut, wo man angesehen hat, man hätte früher was tun sollen. Wollen wir uns überhaupt verändern? Also ich meine substanziell. Ich mag das jetzt! Ich krieg das hin! Warum nehmen wir uns selbst so unglaublich wichtig?